Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Macbook Pro und heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar um das kleinere iPhone, das iPhone Mini, was ja dieses oder nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Ja und zwar plant Apple ein kleineres iPhone und hier ist schon mal so ein bisschen gephotoshoppt, das sind natürlich alles keine offiziellen Bilder, aber es wird halt viel spekuliert, wie viel das kosten könnte. Und der Marktanalyst Gene Munster hat ausgerechnet, dass das iPhone Modell, was kleiner werden soll, ungefähr für 199 US Dollar ohne Vertrag auf den Markt kommen soll. Ja und meist übernimmt Apple ja einfach die Dollar zu den Euros, ohne groß darauf zu achten, wie man das jetzt umrechnet, also wird sie dann wahrscheinlich auch für 200 Euro hier erhältlich sein. Das ist natürlich alles nur Spekulation, aber eine mögliche Überlegung, es wäre auch sinnvoll oder es würde dazu passen, weil sie gerade das iPad und dann das iPad Mini rausgebracht haben. Und ja, es wurde dann auch wieder gesagt, dass ein offizielles Interview mit hier dem, einen der Geschäftsführer, Phil Schiller, der ist auch immer in diesen Apple Videos dabei, dass der gesagt hätte, dass jetzt ein billiges iPhone nicht gebaut wird, aber die Agentur, die Werbeagentur Reuters hat dann doch gesagt, das stimmt nicht, das ist kein offizielles Interview gewesen, dieses Interview hat nicht stattgefunden und jetzt steht natürlich wieder alles offen. Die Gerüchteküche brodelt da und falls es da neue Informationen gibt oder falls es das wirklich immer genauer wird, wie das auch aussehen wird, sagen wir natürlich wieder Bescheid. Ich finde, dass die Idee eines kleinen iPhones für 200 Euro ziemlich gut, weil Apple damit natürlich den Android-Markt versucht zu stürmen, was auch gut klappen kann, weil viele Leute kaufen sich ja ein iPhone einfach nur, um zu sagen, sie hätten ein iPhone. Und ja, wenn es dann ein iPhone zu dem gleichen Preis wie Androids gibt, denke ich, werden viele Leute sich statt mit dem Android lieber ein iPhone kaufen. Ja, lasst uns einfach in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Bis zum nächsten Mal und falls euch das Ganze gefällt, was wir hier auf dem Kanal machen, abonniert uns doch. Tschüss.